hi wir sind adam und johannes von impactpages und in dieser episode erfährst du worauf du bei einem hoster unbedingt achten musst und welche hosting angebote wir nutzen und empfehlen ja adam warum ist die wahl des richtigen hosters so wichtig also zum einen ist es halt so wir machen ja wir haben eine affiliate website ja das ist eine website im internet und die muss immer online sein weil damit verdienen wir ja unser geld also ist es wichtig ein hoster auszuwählen der eine hohe zuverlässigkeit garantiert ja sowohl die website auch immer funktioniert und immer online ist dann ist es natürlich auch wichtig ist zeit speed heutzutage wichtig es ist nicht so wichtig wie das manchmal dargestellt wird aber es ist einfach im jahr 2022 wichtig dass seine website nicht elend langsam ist ja also dass die ganz normal lädt und das auch wieder von dem hoster abhängig ein guter hoster hat eine gute normal schnelle anbindung ja die website ist schnell bei einem schlechten hoster kann das aber langsam sein stichwort auch co-web vitals dann ist es halt wichtig wenn es probleme gibt muss man halt schnell handeln so da ist es natürlich wichtig dass der hoster einen guten support hat und wenn man vielleicht einen super günstigen hoster hat naja man bezahlt den support mit dem mit dem beiträgen die man da bezahlt also mit dem kaufpreis und ihr könnt halt nicht erwarten wenn ihr irgendwie ein free hoster habt oder ein euro im monat bezahlt dass da der support super gut ist das ist einfach so man bezahlt einfach für das was man kriegt andersrum wenn man kriegt das was man bezahlt so genau das hört sich auch gut an das support ist auch wichtig so und dann ist es natürlich so ist die wahl des richtigen hosters wichtig weil ihr bindet euch einfach mehrere jahre an den hoster klar man kann meistens monatlich kündigen manchmal hat man auch ein jahresvertrag kann man einfach zu sechs wochen vorher kündigen oder so aber je größer eure projekte werden desto komplizierter ist es sag ich mal zu migrieren also man kann natürlich eine web eine website immer migrieren also man nimmt die einfach zum anderen haus damit habt vielleicht im schlimmsten fall eine downtime von 24 stunden ja durch dns umstellungen oder so aber ich habe die erfahrung gemacht wenn ihr dann auch arbeitet viel mit datenbanken vielleicht so matomo ja da ist die datenbank bei mir war das so ich musste ja bis ich zu meinem hoster des vertrauens gekommen bin zwei andere hoster vorher haben da war ich nicht so super zufrieden und jedes mal beim migrieren mit diesen standard migrations plugins gab es probleme wegen diesen matomo datenbanken also die wurden nie richtig mitgenommen und immer hat entweder matomo nicht mehr funktioniert oder es wurden keinerlei daten mehr angezeigt und das war mir ja schon irgendwie wichtig ich wollte halt diese daten aus der vergangenheit mitnehmen und deswegen direkt den richtigen hoster auswählen und ihr habt keinen stress und ihr müsst nicht vorher irgendwie zwei drei mal wechseln habt immer downtime blablabla das ist super nervig ja genau also sucht euch lieber gleich richtigen aus ja und sonst verblendet ihr dann später wieder nur zeit mit lauter technik zeug ja weil er doch dann doch nicht zufrieden seid nur weil er einen euro sparen wollte oder so ja genau dann kommen wir habe ich eben schon mal angerissen dazu er was nimmt man denn jetzt eigentlich schon haus da ja also es gibt so free host da habe ich eben schon mal genannt es gibt web hoster und vielleicht sogar einen eigenen server also was nimmt man denn davon ein free hoster ist generell nicht empfehlenswert weil ihr für die leistung die ihr bekommt bezahlt ja und wenn ihr nichts bezahlt wo soll das denn herkommen ja wie soll derjenige dann die server bezahlen wie soll der mitarbeiter bezahlen für support wo soll das herkommen das funktioniert einfach nicht ja also wenn ihr ein richtiges projekt machen wollt professionell ihr wollt damit geld verdienen holt euch einen vernünftigen web hoster ja und web hosting ist das allgemeine wort dafür für einen ganz normalen hoster wo ihr eure website also hosten könnt und noch ein problem bei free hoster ist halt ihr könntet so ein bisschen geraten in so eine bad neighborhood so nennt man das also eine schlechte nachbarschaft weil bei diesen free hoster naja das coole ist natürlich die kostenlinks also werden da viele leute angezogen die einfach kein geld ausgeben wollen ja weil das einfach nicht so ernst nehmen und das können dann auch zwielichtige website sein so und wer weiß ob google das vielleicht weiß ja anhand der ip adressen und so weiter dass auf diesem einen web hoster sind ganz viele komische websites und wenn ihr dann da auch seid obwohl ihr eigentlich eine normale website habt vielleicht färbt das ja negativ auf euch ab man weiß es ja nicht man sollte es auf jeden fall vermeiden wenn man kann genau und deswegen einfach ein web hoster nehmen da habt ihr dann gar kein problem und das ist wirklich für 99 99 prozent der nutzer wie wie wir das auch sind das mittel der wahl dann noch zum eigenen web server ich habe keinen eigenen web server ich könnte das auch nicht aufsetzen von meinem technischen wissen her das ist ja dann meistens linux server ja also das was ich mich auskenne ist mac os und windows und ich glaube das ist schon ausreichend und das ist für keinen auch für keinen anfänger geeignet das ist viel zu aufwendig das ist wirklich nur was für übelste nerds oder für profis wenn ich da einhaken darf bzw es gibt ja auch noch gemanagte eigene server ja also da übernimmt dann auch der hoster übernimmt die komplette den kompletten support die einstellung und alles und managt halt deinen eigenen server ja also das gibt es auch man muss sich da nicht unbedingt auch um alle details selber drum kümmern sondern die übernehmen das für ein aber klar das kostet dann natürlich auch richtig aber bevor ihr in dieses fairen vorrückt ja dass ihr dass eure seite so groß ist und so viel traffic hat und sonst was ja wenn ihr da angekommen seid dann habt ihr sowieso genug cash denke ich mal dass ihr leute bezahlen könnt oder die sich um diese themen kümmern ja und dann könnt ihr auf einen eigenen server könnt ihr nutzen und dann habt ihr halt auch vorteile von wegen dass ihr halt das maximale an an geschwindigkeit habt ja wirklich weil da keine anderen kunden drauf sind außer ihr ja klar dann hat es natürlich auch ein bisschen vorzüge wie adam schon gesagt hat aber ein normaler webhoster der tut es voll und ganz ja damit könnt ihr wirklich fast also da gibt es von den besucherzahlen auch erstmal eigentlich keine limitierung ja das ist das eigene server thema ist wirklich nur wenn ihr ein ganz anderes fairen vorrückt ja wenn ihr in der im monat millionen besucher oder so habt ja klar dann macht es sinn aber vorher nicht aber du meinst jetzt halt so eine managed server ne den du aber bei dem genau hosting anbieter quasi anmietest genau das ist natürlich auch ein ich meinte jetzt mit 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 einem eigenen server meinen wir jetzt dass dir zuhause ein server zusammen baust gott und der steht also das meinte ich damit das habe ich darunter verstanden und du hast du zuhause stehen so ein tower ja der ist an den router angeschlossen der ist einfach nur komplett als server konfiguriert ach du scheiße das sollte gar keiner machen aber ich meine dass du jetzt ein managed web server holst bei deinem hosting anbieter das ist ja nicht so viel entfernt von dem web hosting nur dass du natürlich den exklusiven zugriff hast auf bestimmte ressourcen von diesem server oder vielleicht sogar oft nicht auf einen ganz eigenen server so na das ist ja das klickt auch jeder hin aber so einen eigenen server aufzubauen ja aber das ist auch nicht nötig wie gesagt manager server am anfang weil da ist das kostet dann auch vor allem richtig geld ist ja klar dann sind wir dann schon bei dann bewegen wir uns schon fast in richtung dreistellig im monat ja und das ist für den anfang nicht notwendig also adam sagt jetzt noch gleich was du den kosten genau ja mit denen ihr rechnen müssen also im schnitt sage ich mal so ungefähr bestätigt so sieben euro im monat ja wenn ihr da so das ungefähr rechne sieben euro im monat da habt ihr auf jeden fall einen guten haustaus ja also sagen wir mal so 100 euro im jahr da habt ihr schon was gutes es gibt es geht nach oben hin gibt es kaum grenzen nach unten hin ja wie gesagt gibt es auch günstiger aber sieben euro im monat das ist wirklich gar nichts ja das kann jeder bezahlen und da habt ihr wenigstens einen vernünftigen support eine vernünftige leistung und auch einen seriösen anbieter genau ja ja und der johannes erzählt euch jetzt ein bisschen was naja worauf man jetzt bei seinem hoster überhaupt achten sollte weil für sieben euro gibt es viele verschiedene hoster aber worauf achtet man denn jetzt eigentlich bei der auswahl genau ich habe mal so auch ein bisschen bei mir geschaut wie die tarife bei denen ich bin was die eigentlich für eigenschaften haben von dem hosting angeboten und am anfang sollt ihr euch halt erst mal gedanken machen wie viele webseiten wollt ihr denn überhaupt hosten ja weil es gibt zum beispiel ja hoster wie zum beispiel ich glaube deine site ground ja oder rate box oder so da ist von den tarifen her schon die sind erst mal in einem kleinsten paket oder so sind die für eine webseite ausgelegt ja und da bezahlt ja ihr habt da ihr könnt ihr eine webseite drauf laufen lassen die kümmern sich um alles aber jetzt mal an ihr wollt halt ihr habt vor mehrere webseiten zu hosten dann müsst ihr euch halt schon im klaren sein okay man ich will fünf webseiten hosten alle mit wordpress dann brauche ich auch schon mal fünf sql datenbanken ja auf die eben wordpress installiert werden kann also muss ja also muss dieses hosting paket schon mal ausreichend sql datenbanken eben zur verfügung haben oder wenn ihr eben noch weitere sachen installieren wollt ja zum beispiel wie schon von adam angesprochen hier matomo tracking ja dass sowas wie google analytics ist es und das ist selbst gehostet ja und es wird in eure eigene datenbank werden die ganzen tracking daten reingeschrieben also braucht ihr hierfür auch schon wieder eine eigene datenbank also das solltet ihr einfach mal ein bisschen im blick haben ja aber in der regel die meisten angebote die hoste die haben meistens dann immer schon gleich so 25 datenbanken dabei oder 50 datenbanken also naja aber checkt es halt mal ob das ob das bei euch ausreichend ist und auch ob es vielleicht irgendeine größenlimitierung gibt ja wie groß die sql datenbank ist adam hat hat mir gesagt bei site ground gibt es da zum beispiel ein limit von ein gigabyte pro datenbank das habe ich auch mal erreicht also da gab es mit meinem fehler plug-in was ich nutze gab es da einen fehler und die datenbank wurde groß voll geschrieben und dann habe ich halt von site waren so eine info mail bekommen ihre datenbank ist voll über dem 1 gigabyte limit wenn sie das nicht wie der kleine machen dann gibt es einschränkungen auf die website also keine ahnung dann würden die dann limits setzen und dann würden ihr daten verloren gehen oder es können keine neuen daten mehr geschrieben werden und das wurde dann habe ich dann schnell geregelt bekommen die habe ich dann gemeldet die haben dann schnell fix gemacht von diesem plug-in aber trotzdem das ist aber das ist so wie ich das gesehen habe ist das eher so ein site ground ding ich habe jetzt nicht bei den anderen hostern die die so aufgenutzt werden gibt es das ja eigentlich nicht ne genau das seht da finde ich auch jetzt auf den ersten blick keine angaben überhaupt ob seine größen limitierung gibt wahrscheinlich schon irgendwo ja aber zumindest bin ich da auch noch nirgendwo in probleme reingelaufen oder so das ist halt wirklich eine menge der also normalerweise muss man sich um die datenbanken keinerlei gedanken machen weil die so klein sind das macht keinen unterschied werdet einfach wenn werdet einfach hellhörig wenn ihr das seht in den angeboten in den details dass es eine limitierung gibt ja dann ist es schon mal nicht so cool ja genau dann sollte natürlich der hoster auch ausreichend speicherplatz haben und vor allem sollte auch schnell sein ja also mittlerweile ist eigentlich so ssd festplatten bei den hostern ist eigentlich mittlerweile schon so standard ja das wird dann auch immer angegeben bei den paketen und ich habe mal bei meinen projekten heute geschaut wie viele speicherplatz die eigentlich so brauchen ja und selbst so kleinere seiten ja wo vielleicht nur 10 20 unterseiten haben mit bildern und ein bisschen halt plugins und affiliate anbindung etc selbst die kommen nach nach ein paar jahren sind die schon alle so im bereich von einem gigabyte ja und also so viel solltet ihr auf jeden fall mal einplanen und dann habe ich mir auch mal größere portale von mir angeschaut wo 500 artikel mit tonnenweise bildern und alles und auch vor allem anbindung von anderen affiliate netzwerken wo die wo man csv feeds anbietet um sich quasi produkte zu importieren ja und das erzeugt sehr große datenmengen und dann ist man auch mal schnell bei einem projekt von zehn gigabyte oder mehr sogar ja also wenn ihr dann fünf seiten habt dann seht ihr schon okay dann bräuchte ich mal locker 50 gigabyte 100 gigabyte speicher aber auch das wenn ihr hier jetzt zum beispiel alpha hosting oder all angle oder wie die alle heißen schaut da ist meistens schon 100 gigabyte speicher in den selbst in kleineren paketen dabei ja also aber nur dass ihr das halt auch mal so im blick habt ja also wenn da ein host der ist der euch nur fünf gigabyte speicher anbiet fünf gigabyte speicherplatz anbietet das ist zu wenig ja auf dauer da können wir nicht lange viel machen ja zumindest nicht mit mehreren projekten und dann sollte es natürlich auch immer möglich sein dass ihr speicherplatz gegebenenfalls nachkaufen könnt ja aber das ist in der regel ist das machbar beziehungsweise ihr könnt dann wenn euch in einem paket ja so die ganzen speicher et cetera nicht mehr ausreicht dann könnt ihr eigentlich auch immer zum nächstgrößeren automatisch wechseln ja das habe ich in meiner in meiner zeit auch schon gemacht ich glaube ich bin bei all angle damals 2010 oder so habe ich im kleinsten paket angefangen und bin dann zwei oder dreimal hoch bis jetzt auf business business tarif oder so dann weiter weiterer wichtiger punkt ist natürlich die erreichbarkeit der webseite also die uptime die sollte so hoch wie möglich sein ja die meisten host ergeben das mit 99,9 prozent an und garantieren das auch ja und das macht halt schon riesen unterschied ja hier ich glaube monat hat 720 stunden und wenn dann 99 prozent nur wären statt 99,9 dann sind es in 30 tagen schon fast acht stunden unterschied ja also dementsprechend acht schon darauf dass das so hoch ist wie möglich und dann wie adam schon gesagt hat der host der sollte natürlich schnell sein schnell ist jetzt erst mal relativ rauszufinden von außen woran man das so erkennt ja dass der host halt wirklich schnell ist also bei einem webhoster sind ja meistens noch andere kunden mit auf dem zu auf dem gleichen webhoster server und natürlich umso weniger kunden da drauf sind ja desto weniger kunden müssen sich die ganzen ressourcen teilen ja dann natürlich auch wie schon angesprochen die ssd festplatten oder dass der webhoster alter auch viel ram hat ja genau dann wird auch bei den host dann meistens noch angegeben dass es so eine traffic flat gibt sprich egal wie viele besucher ihr da habt und quasi ja datenmengen generieren ja für jeden abruf der seite ist das alles abgedeckt da gibt es keine limitierung weil bei manchen host dann ist es wirklich so habe ich schon gesehen sind vor allem so spezial hoster ja wo wo einem alles abnehmen so wordpress hoster oder so da sind dann gibt es manchmal so einschränkungen habe ich schon gesehen ja in dem tarif bis zu 25.000 besucher im monat oder so ja ja oder halt was weiß ich wenn diese user zehn gigabyte produzieren an traffic so viel ist da abgedeckt ja also davon halte ich eigentlich überhaupt nichts also bei dem site ground tarif den ich habe da kommen wir ja am ende noch mal dazu da wird angegeben ungefähr 400.000 besucher im monat aber das ist jetzt nicht so ein limit nicht traffic limit das ist so eine ungefähre anzahl zahl der besucher womit die zeigen wollen das können wir quasi so verarbeiten okay okay aber das ist jetzt kein traffic limit ich kenne dieses traffic limit eher so von cdn anbietern anbietern oder hier diese bilder plugins die dann die bilder für dich automatisch umrechnen kleiner machen und dann aber auch per cdn dann wieder anbieten damit dann das schneller ist aber bei ok bei host dann ist es ja eigentlich standard dass es einfach eine traffic flat ist ja eigentlich schon und wenn wenn da eine ist dann sollte die wirklich sehr hoch sein ja dass ihr da auch erst mal überhaupt nicht rein lauft aber die hoster wo wir später empfehlen werden die haben alle traffic flat das ist auch überall angegeben ja dann sollte natürlich auch eine wordpress installation möglich sein da gibt es gewinne gewisse mindest voraussetzungen hier in sachen php version und ja noch anderes technisches zeug mal wo wir jetzt aber nicht tief ins detail gehen müssen wir verlinken euch in die show notes man noch eine quelle von wordpress wo ihr seht was die aktuellen mindest voraussetzungen quasi wären die der hoster mitbringen muss ja aber bei den meisten angeboten steht eigentlich schon immer dabei wordpress installation möglich ja und dann braucht man ja wenn du schon da steht dann braucht durch keinen kopf machen genau genau wichtig ist dann natürlich auch noch haben wir eben schon mal angesprochen das support also dass es halt wirklich 24 7 support gibt ja dass dass ihr einfach schnell reagieren könnt und aber auch der haus da schnell reagieren kann wenn es irgendeinem problem gibt und das ist natürlich auch so eine erfahrungssache das könnt ihr natürlich auch anhand von kundenbewertungen rausfinden aber halt auch anhand von unseren tipps und erfahrungen es ist halt wichtig dass der support des haus das schnell reagiert und aber auch lösungsorientiert ist ja also dass die leute dass da auch drauf haben und dass die auch bock haben überhaupt zu helfen da habe ich auch schon negative erfahrungen gemacht aber auch schon sehr positive und was auch gut ist finde ich ist auch wenn das das wissen wenn es ein schönes tickets system gibt was auch übersichtlich ist ja also wo du auch wirklich einfach ein ticket erstellen kannst ja wurde dann nicht irgendwann irgendeine e mail adresse schick sondern dass du wirklich ein schönes ticket system hat wurde dann auch so genau sie was passiert wann gab es die letzte reaktion und so weiter dann was natürlich auch damit zusammenhängt ist allgemein so die kommunikation des haus das ja also wir wollen haus da wo wir auch infos von denen bekommen ja wenn wenn jetzt irgendwelche wartungen durchgeführt werden ja da wollen wir eine e mail haben hier in sieben tagen haben wir eine downtime von einer stunde also nicht die website aber das back end ist dann nicht erreichbar für eine stunde weil wir aktualisieren da oder vielleicht ein haus der ein auch informiert hier wir sind jetzt bei der php version auf der aktuellsten und so weiter also das ist ganz schön und da müsste ich auch darauf achten müsste auch darauf achten dass der host da auch aktiv kommuniziert ja dass man auch immer wieder was von dem hört und dass man auch weiß was da so passiert im hintergrund dann ist wichtig in zeiten vom datenschutz besonders dass der server standort in deutschland ist oder zumindest in der eu das ist aber eigentlich standard bei allen hosten die wir jetzt hier empfehlen und selbst bei site ground wo ich bin ist das mittlerweile so du kannst da auch das datenzentrum auswählen ja du kannst da frankfurt auswählen du kannst da irgendwie amsterdam oder holland auswählen du kannst aber auch deutschland auch er ist ja frankfurt kann es aber auch deutschland auswählen genau das war wichtig wegen datenschutz eine datenverarbeitung und so weiter aber auch wegen der performance ne weil wenn ihr natürlich eure website in deutschland gehostet habt und die kunden kommen aus deutschland ist es einfach ein tick schneller für die leute die auf eure website kommen dann ist es wichtig dass cron jobs verfügbar sind ja das ist wichtig für affiliate plugins damit produkte einfach regelmäßig aktualisiert werden ja also es gibt einfach affiliate plugins die da einfach regelmäßig solche solche cron jobs das sind solche aufträge ausführen müssen das läuft natürlich alles vollautomatisch im hintergrund ihr müsst jetzt nicht manuell irgendwas machen aber da kann es bei günstigen haus dann schon zu problemen kommen beziehungsweise habe ich gesehen dass manche tarife da steht dann da dass in den tarifen keine crown shops überhaupt verfügbar sind ja zum beispiel habe ich gesehen bei alpha hosting im kleinsten tarif sind glaube ich keine crown shops verfügbar ja also würde es bei mir schon mal rausfallen oder ich war damals bei host europe und in meinem tarif da wusste ich das noch gar nicht dass ich das halt mal brauche waren auch keine crown shops verfügbar und dann habe ich halt auch vom support angefragt ob ich dann welche noch dazu buchen kann oder migrieren kann ja und das war so ein also die haben die wie du schon oben gesagt hast die waren nicht lösungsorientiert ja sondern hätte ich riesige umwege machen müssen mit kündigung und wieder neu buchen irgendeinen tarif und dann dass ich die crown shops habe ja und das war dann damals auch der grund für mich meine drei seiten die ich bei host europe hatte umzuziehen zu alpha hosting ja also diese ground shops wie adam schon gesagt hat genau die stoßen dann quasi so die aktualisierung an von irgendeinem affiliate plugin das eben jetzt wieder geschaut wird hat sich die verfügbarkeit preis etc geändert ja so themen übernehmen die ja was dann auch noch wichtig ist oder schön wenn es da ist ist ein ftp zugang ja also das ist ich sag mal so im normalfall braucht man es nicht also wann habe ich letztes mal fdp auf den server zugegriffen wo meine websites liegen ich weiß es nicht über ein jahr her aber es ist schon cool wenn ihr jetzt zum beispiel auf eurer website wirklich an dateien rankommen wollt ist halt ein ftp zugang ganz cool weil ihr dann über auch über spezielle ftp tools könnt ihr auf diese daten zugreifen ihr müsst es also nicht über die web oberfläche machen vom hoster weil da gibt es natürlich auch dann da gibt es dann auch oft probleme mit datei limit oder so wenn da was hochgeladen wird oder was runtergeladen wird da ist ein ftp zugang einfach schöner und vor allem auch wenn ihr andere leute bei euch auf der website arbeiten lassen wollt irgendwelche dienstleister von fiverr oder so dann könnt ihr den einfach ftp zugang einrichten und dann kommen die da drauf dann löscht ihr den zugang wieder und fertig ist es genau was dann auch noch heutzutage standard ist ist dass es ein kostenloses ssl-zertifikat gibt ja das ist von let's encrypt so nennt sich das und alle die wir hier empfehlen alle hoster die wir empfehlen die haben auch ein kostenloses ssl-zertifikat es gibt natürlich auch kostenpflichtige aber das kann halt echt ins geld gehen ja wenn ihr viele websites hat und vielen domains wenn ihr da jedes mal ein ssl-zertifikat kaufen müsst was ihr ja auch noch jährlich verlängern müsst ja das kann teuer werden ja und im normalfall braucht man es halt wirklich nicht da reicht einfach ein ganz normales kostenloses von let's encrypt genauso ist es halt bei den domains da ist es halt schön wenn es kostenlose inklusiv domains gibt das ist auch meistens der fall allerdings muss ich sagen bei site crown wo ich bin da habe ich zwar unbegrenzt websites in meinem tarif aber ich habe da keine domain ja also ich habe meine domains quasi alle bei so einem registrar also bei mir ist es do.de registriert und die name server zeigen dann halt einfach zu dem hoster das ist jetzt aber eher so ein einzelfall ja bei all inkel und so weiter alpha hosting da hast du dann meistens auch noch domains dazu die liegen dann auch bei dem hoster das ist also alles aus einem haus und greift dann ineinander über ja und meistens ist es halt wirklich so dass ihr dann noch inklusiv domains habt was auch noch cool ist das sind automatische backups also zum beispiel dass euer hoster jeden tag eure website sichert oder eure website das coole ist ihr müsst das nicht zum beispiel nicht über ein wordpress plugin machen wie es zum beispiel hier dieses updraft plus das ist so einzel bekannt ist wenn das wirklich auf server ebene gesichert wird dann ist das erfahrungsgemäß auch ist sicherer und wenn was ist das wieder herstellen klappt auch viel besser als wenn ihr das über wordpress machen weil wenn da irgendwas kaputt geht und euer wordpress ist erstmal kaputt und ihr kommt da vielleicht nicht mehr drauf dann müsst ihr erst mal das ganze wordpress neu aufsetzen ihr müsst dieses plugin installieren und dann dieses plugin die sicherung wieder herstellen ja da ist natürlich so ein automatisches backup auf server ebene vom hoster selbst optimal wenn ich da noch was dazu sagen darf ich glaube bei deinem side ground ist es ja wirklich ein ja eine leistung ja die ja die du damit bezahlst wirklich mit den täglichen backups und dass du die mit wenigen klicks automatisch wieder selber ausführen kannst und einspielen kannst genau also das ist bei so eben wie side ground rate boxes oder so da ist das standard und da kann man sich auch darauf verlassen dass diese backups funktionieren so automatische backups die tut eigentlich jeder hoster anlegen weil es kann ja auch mal sein dass die ein problem haben oder irgendwas machen müssen und die das wieder herstellen wollen von sich aus ja weil die eben von dich von einem server zum anderen umziehen wegen platzmangel zu viele kunden blablabla ja nur ihr müsst zum beispiel auch mal dann reingehen so in die details von den web hosting paketen da steht nämlich auch da zum beispiel bei all inkel es besteht kein anspruch auf die verfügbarkeit einer datensicherung ja die machen das zwar aber ihr dürft euch da nicht drauf verlassen also das ist wirklich nicht das gleiche leistungsversprechen wie bei einem hoster wie adam jetzt hat ja das ist ebenso dieser vorteil von diesen ein bisschen teuren hostern also genau das ist natürlich so die sichern ihre eigene server infrastruktur ist ja klar aber wenn da jetzt mal irgendwas wäre an deiner website dann müsstest du die quasi auf die aktiv zugehen fragen hier könntet ihr das bitte für mich machen wer und und es gibt keine garantie dass sie davon von dir ein backup haben ich habe also da darf man sich nicht drauf verlassen ja ich sage mal ich habe jetzt in meiner vergangenheit habe ich schon mal backups einspielen lassen zum beispiel von all inkel und die waren auch immer da um gottes willen ja also die machen das schon aber wie gesagt ich habe einfach keine garantie darauf ja ich mache zum beispiel selber natürlich auch eben weil ich ja hier diese garantie den ich habe lege ich über uptreft plus über so ein wordpress plugin lege ich meine eigenen backups einmal die woche einmal im monat ja je nachdem wie die häufigkeit halt sein soll lege ich die selbst an um sicher zu sein aber der einfachheit halber habe ich es halt auch schon dann so gemacht bevor ich mein backup mühevoll da ein spiel ja habe ich halt all inkel mal spaß halb oder alpha hosting angeschrieben hier ich habe hier irgendein problem was habt ihr für backups gerade aktuell von mir und dann sagen die mir ja hier von vorgestern von vor drei tagen von bla 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 und dann sage ich alles klar spiel mal dieses backup für mich ein ja und dann kann ich das auch nutzen ohne dass ich mich jetzt technisch mit meinem eigenen backup das ich angefertigt habe dass ich das nutzen muss ja weil warum soll ich mich dann darum kümmern wenn die seh haben aber das ist halt einfach wichtig zu wissen wenn das wirklich keine leistungsgarantie ist dass die für euch jeden tag backup machen dann müsst ihr eure eigenen anfertigen ja das solltet ihr so im der kopf haben dazu noch was zu sagen ich war vorher auch hatte ich so ein premium tarif so ein premium account bei updraft so ein jahr war das quasi und habe ich auch genutzt aber immer wenn ich das benutzen benutzt habe wenn es wirklich brenzlig wurde und ich da irgendwas zurück wieder herstellen musste ganz ehrlich ich es gab immer irgendwelche probleme egal welche website immer gab immer ist da irgendwas nicht durchgelaufen bei diesem über dieses updraft plug in da war immer irgendwas los das war nicht so geil ich hatte auch so fälle wo das dann nicht gesichert hat und so keine ahnung und ja wenn ihr dann natürlich ein hoster habt das kostet natürlich geld das ist jetzt nicht das sind ja nicht die billigsten hoster aber wenn ihr ein hause habt der wirklich euch garantiert dass er täglich sichert und ihr noch dazu über das back end auf diese sicherung zugreifen können mit einem klick einfach wieder herstellen können ja das ist das beste ja und ihr spart euch noch dazu ein plug in was bei wordpress bleibt ja was noch cool ist ne also neben so was was ich was wir jetzt gerade genannt haben ist auch wenn der hoster solche zusatz tools anbietet ja also so oder praktische zusatzfunktion sowas wie staging zum beispiel oder wenn der hoster vielleicht sogar ein eigenes caching plug in habt ja dass ihr vielleicht auch vp rocket verzichten muss oder eine integration von cdns ja sowas wie cloudflare das sind da sind alles so sachen das ist sehr sehr modern aber ist cool wenn es halt drin ist sideground zum beispiel die haben das alles deswegen bin ich da auch hin auch wenn es ein bisschen teuer ist aber da kommen wir gleich noch dazu und er auch ganz oft bisher angesprochen für mich ist das super wichtig weiß ich wie du das so siehst johannes ich mag das halt wenn das back end vernünftig aussieht weil da bin ich aus der vergangenheit verstört muss ich sagen weil ich war vorher war ich bei web go von der geschwindigkeit und vom support super aber das back end sieht halt aus wie wie vor 20 30 jahren also unangenehm wirklich unangenehm und das macht dann halt auch einfach keinen spaß damit zu arbeiten und deswegen ist es halt cool wenn das back end einfach modern aussieht und übersichtlich ist und du da viel damit machen kannst ja also das kann ich bestätigen ich also ich würde nicht mal sagen dass es immer total modern aussieht und durchgestylt aber es muss zumindest einfach zu verstehen sein ja ich hatte es und leicht zu bedienen ja dass du da einfach einen guten workflow hast ich sag mal die back ends jetzt von all inkel oder alpha hosting die sehen jetzt auch nicht das über modern aus ja aber ich kann damit ich verstehe alles was ich machen muss und finde mich zurecht und ganz gut bedienen wie schon oben mal erwähnt hatte war ich auch mal bei host europe und da war das back end eine katastrophe ja also um da irgendwelche sachen zu finden und einstellungen das war alles so kompliziert und unübersichtlich und unlogisch teilweise auch also es war erschreckend ja also von von meinen hosting erfahrungen war das auf jeden fall vom back end her die schlechteste ja dann wollten wir euch jetzt mal noch ein paar hoster empfehlen die wir für unsere affiliate seiten nutzen der hoster meiner wahl aktuell ist alpha hosting da bin ich im paket business l und genau ab multi xl so heißt der tarif ab da kann ich es für affiliate seiten empfehlen da seid ihr technisch auf der sicheren seite dass die alles mitbringen dass das eure seiten laufen genau ich bin da so seit circa fünf jahren bin ich kunde mit aktuell ich glaube zehn projekten und selbst also dieser die die seiten sind auf jeden fall schnell ja also ich habe da noch keine performance probleme gehabt und ich habe da selbst seiten laufen die am tag in der spitze an die 10.000 besucher haben und hatte da noch nie irgendwelche probleme ja und ich track meine seiten alle die erreichbarkeit mit dem kostenlosen tool status cake punkt kommt dass wenn ihr schon eine webseite hat könnt ihr euch das auch mal anschauen da könnt ihr bis zu zehn webseiten kostenlos überwachen lassen und die schauen dann immer nach alle 10 15 minuten was ihr eingestellt habt ist eine seite noch online oder nicht und sollte sie offline sein kriegt ihr direkt eine e mail ja und dann könnt ihr reagieren ja nicht richtig zuverlässig mit dieser e mail das ja das ist wirklich klasse und ihr kriegt noch eine e mail wenn die webseite sogar wieder online ist genau 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 also ist wirklich klasse ja und der prüft halt eben auch wie so die erreichbarkeit ist und habe ich jetzt mal heute reingeschaut bei meinen webseiten wo bei alpha hosting liegen und da war die erreichbarkeit in den letzten 30 tagen so bei 99,97 mehr und ich glaube da war sogar noch eine angekündigte wartung wo damit rein fällt ja aber ansonsten also top erreichbarkeit genau probleme hatte ich bisher eigentlich auch noch nie wie adam vorhin schon erwähnt hat die haben auch ein tolles bei alpha hosting und tolles support ticket system direkt im back end wo man seine tickets da öffnen kann und bisher wurden alle meine probleme immer schnell gelöst und ich habe da zum beispiel wie gesagt ich bin ja von host europe umgezogen und ich hatte keine lust mich technisch damit auseinanderzusetzen wie das jetzt geht ja das den ganzen umzug zu leiten ja die domains umleiten die ganze daten zeug alles rüber zu übertragen dann habe ich einfach bei alpha hosting angefragt hier ich habe hier noch drei seiten dort liegen ich will zu euch damit könnt ihr das für mich übernehmen klar halt gegen eine kleine rechnung ja ich glaube 200 euro oder so habe ich bezahlt und das haben die gemacht alles einwandfrei und innerhalb von 24 stunden war das ganze thema erledigt und die drei seiten liefen über alpha hosting und ich musste mich um nichts kümmern also das war wirklich klasse ja und ich hatte damit keinen aufwand also dementsprechend also bei alpha hosting wie gesagt seit fünf jahren jetzt kunde das finde ich echt top genau dann war ich mal angefangen habe ich 2010 und da war eigentlich mein erster hoster auch all inkel habe ich wahrscheinlich damals gleich zum glück was meine hosting erfahrung angeht bin ich glaube ich gleich zu einem richtigen hoster gegangen und bin ich erst bei den free host dann darum gedümpelt und habe es eigentlich auch noch nie bereut ich habe da glaube ich angefangen in dem privat tarif privat plus tarif damals und bin jetzt mittlerweile im premium tarif oben angekommen da laufen auch zehn projekte von mir und erreichbarkeit auch laut status cake in den letzten 30 tagen 99,96 und auch hier war eine wartung jetzt letzten monat und ja ansonsten hatte ich hier auch noch keine probleme das ticket system ist hier wie adam schon gesagt hat das läuft leider nicht über spec end sondern man schickt seine tickets ab im back end aber kriegt dann per mail eine antwort ja ist halt nicht so nicht so schön gelöst aber auch hier ich hatte hier noch also alles an themen oder fragen wo ich hatte das wurde immer alles super beantwortet ja also deswegen bin ich auch immer noch dort ja also kann kann ich auch empfehlen und es ziemlich günstig und ab dem paket privat plus ist es für affiliate seiten geeignet ich muss ich muss sagen als ich neuen hoster gesucht habe vor eineinhalb zwei jahren habe ich auch immer wirklich empfohlen bekommen auch all inkel habe ich auch mal auf so auf die website geguckt von denen aber ich fand das immer auch so ein bisschen zu günstig muss ich sagen und irgendwie ich dachte mir das kann doch gar nicht gut sein weil so teuer sind die nicht und die leute sind aber zufrieden damit und die sind ja auch riesig das ist ja ein riesiger aus da ja aber scheinbar ist das wirklich gut also muss man sich mal überlegen die zukunft ja also von den von den günstigsten von günstigen hostern ist all inkel wirklich das ist ein top top hoster ja also man darf es nicht vergleichen mit ihr so ein premium hoster wie jetzt side ground oder so aber das ist einwandfrei also dass wir wenn ihr euch auch in anderen facebook gruppen oder foren oder so umhört das wird immer wieder empfohlen von wirklich sehr vielen leuten weil es einfach das ist top da kriegt dafür wirklich wenn ihr einsteigen wollt kleines geld kriegt ihr dort gute leistung ja aber gleiches gilt für alpha hosting auch das ist vom preis her ähnlich und da kriegt ihr genauso gute leistung ich denke mal da war ich einfach auch so ein bisschen verstört durch meine vorherige erfahrung bei einem günstigen hoster also ich bin ja jetzt bei side ground im paket go geek nennt sich das das ist so das größte paket von den web hosting paketen und da habe ich es fünf projekte drauf liegen und ich trecke das auch mit statuscake.com und da also bei mir wird angezeigt eine erreichbarkeit von hundert prozent ist wahrscheinlich nicht ganz hundert prozent aber ich habe es erst bei status cake seit ein paar monaten vielleicht ist es eben übers jahr gesehen vielleicht auch so 99,9 irgendwas aber im moment ist es auch bei mir hundert prozent also super krass zuverlässig und bei mir ist es halt der dritte host da ja in meiner karriere ich bin nicht so lange dabei wie der johannes aber bei mir ist es schon der dritte und ich war vor jetzt bei host tech das ist ein schweizer hoster und da muss ich halt sagen ich hatte super oft downtimes ja wo dann die website einfach eine stunde oder zwei stunden nicht funktioniert hat und ich war natürlich noch anfänger und ich dachte mir bin ich da jetzt wieder schuld obwohl ich nichts an der website gemacht habe dann habe ich da eine e mail geschickt über das ticketsystem ja wir gucken mal ja ist wieder repariert funzt wieder das war drei vier mal über monate ging das das war super nervig und klar wenn du dich noch nicht so auskennst dann denkst du dir immer wieder bin ich da vielleicht schuld ja jetzt habe ich da vielleicht näher ist es nicht der holster war einfach nicht gut genug also das sind meine erfahrungen ja andere sind vielleicht zufrieden damit ich habe da keine guten erfahrungen damit gemacht und ja danach war ich bei web go das ist ein deutscher hoster der super schnell da gibt es nichts zu meckern super toller support nette leute aber eben mal wie eben schon mal angesprochen die oberfläche die die sieht da einfach kacke aus ja also das ist nicht modern und das ist halt ein ganz klasse unterschied bei site ground da bin ich halt gelandet weil ich mich immer so erkundige was machen die amis ja was empfehlen die so und da ist so site ground für den normalo ist das so die empfehlung schlechthin und das ist halt super schnell ja also die haben da so viele verschiedene technologien um die website schnell zu machen dieses n ging's engine ich weiß nicht wie das ausgesprochen wird dann so objekt caching dynamic caching ganz viele verschiedene sachen haben die da die haben super guten support mit einem super modernen support system ja ihr könnt da sogar über das back end spezielle leistungen dazu buchen dass die für euch da sachen machen kostet aber dementsprechend diese dieses ganze dieser hoster also im ersten jahr ist site ground ich günstig ja also auch mit dem mit dem größten tarif mit diesem go geek tarif derzeit im ersten jahr zehn euro im monat aber danach wird es halt teuer und danach zahlst du im monat 35 euro also 35 euro im monat das ist schon ein happen ja besonders für anfänger die vielleicht nur gar kein geld mit der website verdienen ist das schon viel geld das wird bei site ground ein bisschen günstiger wenn man sich da für zwei oder für drei jahre bindet aber ja es ist es ist schon eher hochpreisig aber dafür bekommt man bei site ground hat echt so sachen wie ein eigenes caching plugin also das bekommt man bei all inkel nicht oder bei alphahosting oder johannes nein nein also beziehungsweise dieses n n jinks oder wie das heißt das ist ja glaube ich dann das seitiges nein ist es nicht aber bei diesen premium haus denn wie rateboxes oder so da ist das glaube ich auch und das ist ja quasi server seitiges caching glaube ich wie sowas also ihr also der server macht quasi schon alles um deine seite schneller und man muss gar nicht noch unbedingt oder überhaupt nicht zusätzliche caching plugins installieren um eben hier geschwindigkeit rauszukriegen sondern das macht der alles schon von haus aus der der ist halt auf performance optimiert und ich glaube das ist hier bei diesem n jinks von site ground ist das auch so ja genau und jedenfalls was man dann halt noch bekommt bei site ground für das geld ist hat ein eigenes caching plugin das nennt sich sg optimizer also sg optimizer und das ist halt quasi sowas wie wie wp rocket das ist ja eigentlich so das bekannteste wordpress caching plugin also dieses diese css verkleinerung html mimifizierung also geschichten dann unterstützt sg optimizer auch dass eure bilder kleiner gemacht werden dass eure bilder in ins webp format umgewandelt werden lauter so geschichten also das ist ein richtig großes richtig gut funktionierendes caching plugin und das ist halt kostenlos und das ist natürlich perfekt mit mit eurem hoster verbunden weil es natürlich aus einem hause stammt dann wofür site ground noch bekannt ist ist halt für diese cloudflare integration also ihr könnt kostenlos cloudflare bekommen ja also diesen cdn anbieter womit eure website quasi noch schneller wird dann eben angesprochen tägliches backup also bei site ground wenn wenn alle eure websites jede einzelne website wird täglich geback up und ihr habt noch zusätzlich fünf manuelle backup slots also wenn ihr jetzt zum beispiel aktiv irgendwas auf einer website am machen seid und ihr wollt jetzt gerade noch kurzen backup machen dann macht ihr das einfach manuell müsst also nicht auf das tägliche einfach warten dann gibt es bei site ground auch staging ja also dass ihr quasi eine 1 zu 1 kopie von eurer website erstellen könnt mit einer eigenen url und auf der website könnt ihr dann quasi arbeiten sachen testen und wenn ihr vielleicht so eine design änderung machen und wenn ihr dann zufrieden seid dann könnt ihr mit einem klick diese staging kopie auf eure live umgebung umschalten also rüber migrieren so gesehen ja das bieten die auch an dann gibt es auch ein eigenes migrator plugin ja also womit ihr quasi ein backup migrieren könnt wie das zum beispiel updraft plus macht ja also ihr spart ihr bezahlt viel geld ja also im ersten jahr zehn euro danach sagen wir mal im schnitt 30 euro im monat aber ihr bekommt halt super viel und ihr spart euch auch eigene plug ins für wordpress die ihr vielleicht auch so bezahlt hätte gesondert ne also das muss man natürlich dazu sagen und ja rechenzentrum ist auch in deutschland wenn ihr wollt bei site ground ja also das ist auch datenschutztechnisch sicher und was auch super cool ist wie gesagt die oberfläche sehr modern also das back end und was ich sehr cool finde habe ich schon sehr oft benutzt wenn wenn ich leute aus fiverr geholt habe die mir da irgendwas gemacht haben zum beispiel an datenbanken wenn es da probleme gehabt ihr könnt dann kollaborateur kollaborateur nennt sich das ja ich nix deutsch ne ihr könnt da quasi so einen zweiten user anlegen der zugang hat auf euren server auf eurer website aber der hat nicht ganz so die rechte wie ihr als admin ja weiß ich nicht das bieten die also die hoster wo ich vorher war hosttag und webco da gab es das nicht da musste ich quasi meine echten login daten von meinem account geben und bei site ground legt ihr einfach noch jemanden an und ihr könnt das auch richtig schön verwalten und so ja genau und dann haben wir noch mal nach empfehlungen aus der community das war jetzt echt eine werbeveranstaltung für site ground oder ja alles gut tut mir leid ich bin halt zufrieden was soll ich machen ja wie gesagt das sind ja nur empfehlungen ja mit wir wollen euch ja hier keine scheiße empfehlen oder so sondern das sind wirklich alles sachen wo wir gerade live im einsatz haben ja es gibt noch tausende andere hoster und da gibt es noch viel mehr gute ja das ist jetzt hier aber ich will halt nur über sachen sprechen ja wo ich auch selber weiß und dass ich auch darüber dass ich auch zufrieden bin damit ja und wir haben mal noch in der community gefragt was die so empfehlen und da ist auch wieder all ankle und site ground gefallen und dann noch der hoster internet werk wir verlinken das alles in der video beschreibung und ja könnt ihr euch ja auch mal anschauen ob das vielleicht was für euch ist und abwiegen vom preis leistungsverhältnis genau ja das war es eigentlich alle links und tools und so weiter die wir erwähnt haben findet ihr wieder in der beschreibung wenn ihr kommentare habt einfach unter das video damit und liked und teils gerne mit jemanden den für den es auch spannend sein könnte und ansonsten ja abonniert unseren kanal oder dem podcast und dann hören wir uns in der nächsten episode macht es gut alles klar ja tschau tschau